Allerdings ist es halt auch die Frage, ob man es schafft. Ich meine, ich habe jetzt halt schon ein paar Runen drin und so, die aktiviert sind, ne? Ja, zwei Runenstufen sind schon aktiviert. Die dritte kommt dann noch dazu. Ich habe jetzt schon 60% mehr Schaden. Das ist natürlich fraglich, ob man das so ohne weiteres, sagen wir mal, schafft. Schaffen tut man es schon. Ich frage es halt nicht, ob man sich dann nach jedem sich erst einmal hinsetzen muss und so. Na komm, kaputt. Jetzt, wunderbar, jetzt werfen wir mal kurz die Heilung an. Eigentlich bin ich ja nur da, weil ich unbedingt noch Kräuter sammeln will, weil für das nächste Gebiet brauche ich eine höhere Stufe bei der Kräuterkunde. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwo hier rumrennen. Ich habe das Sammelding, da bin ich auf 90 oder so oder auf 100. glaube ich, gekommen. Durch die Quest. Aber, das muss ich natürlich noch weitermachen. Dann muss ich jetzt dann halt einmal gleich... Ah, da unten ist was, okay, gleich. Na, was bist denn, tut's für einer? Wieso machst denn du mich jetzt gerade so platt? So unbegründet? Na, tu doch nicht. Geh weg. Bist denn du für eine ältere Werwolf-Stufe? Das waren doch die anderen auch. Wieso haust denn du mich jetzt plötzlich so rein? Also man sieht, das kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Das Ganze. Ich muss jetzt dann gleich mal gucken, warum. Warum das jetzt so war. Also, da ist noch einmal was zum Sammeln. Baldrian, den brauche ich nicht. Aber gab es wenigstens... Na, gab auch nicht mal... Wieso bist du jetzt so ein Böser und die anderen waren so nett? Oder hast du einfach mal in den Treffer gelandet und die anderen nicht? Ach, die sind Stufe 10 und du bist Stufe 11? Oh je je. Ich möchte ja nicht wissen, was du dann an den XP gibst. Mhm, 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 mhm. Bist quasi der Oberboss von Denner. Ob ich dich wohl trotzdem irgendwie plattgekrieg, wenn ich das mit dem Solo da kombinier? Probier mal danach mal. Wahrscheinlich nicht, aber... Schaden tut's nix. Habe ich jetzt alle schon vernichtet, oder was? Was bist denn du für einer? Kruda, Stufe 10. Komm her. Ja, das ist ja nicht, wenn wir die kleine Tierle umhauen. Eine Hose des neuen Mondes. Mhm. Ja gut, dann... Ich weiß nicht, das war jetzt halt schon recht knapp, da gerade wegzukommen, ne? Ältere Werwolf. Ja, komm, die 13 Sekunden warten wir jetzt mal ab und dann machen wir dich halt ja kaputt. Oder halt auch nicht, oder du mich. Sehen wir ja dann. Verliere ich ja nicht massenhaft XP dann. Also. Na, das wird nix. Na, das wird nix. Das wird nix. Oh na, lass mir, lass mir mal Ruhe. Gott sei Dank hab ich da so einen schönen Skill. Also, bin ich schon wieder raus aus dem Kampf. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und wo können wir uns sammeln vor der Feste wahrscheinlich. Laufen wir halt immer dahinter und... Wieviel bin ich denn jetzt, äh... Beruf? 100 bei Kräuterkunde und bei Alchemie bei 93. Und da sehen wir jetzt, wie gesagt, die Reagenzien bei Alchemie. Aber sammeln kann ich ja auch mal ein wenig. Wenn es jetzt hier arg erfolglos bleibt, dann... Tue ich das auch nochmal unterbrechen und... Ah, da ist schon wieder Ringelblume. Warte mal, hab ich überhaupt Ringelblume? Ach, wurscht. Irgendwas werde ich schon gebraucht haben. Da habe ich mir jetzt auch extra einen Reiter sammeln. Angelegt, wo es mir jetzt nur so NPC... Äh, NSC und... Ach. Also, Nachrichten anzeigt. Versuch ist fehlgeschlagen. Also 110 oder 120 brauche ich. Aber ich glaube nur 110. Und dann kann ich schon die ersten Blümle pflücken. Das sehen wir ja dann. Notfalls lege ich ja Sondersitzung ein. Da ist was. Ich glaube, ich unterbreche jetzt auch nochmal die Aufnahme, weil das dauert dann vielleicht doch ein wenig zu lang. Ich habe jetzt eigentlich bloß welcher den... Viehhirn da gedacht, damit ich das nochmal kurz zeige. Habe ich ja auch hiermit. Insofern... Ja... Ja, ich unterbreche nochmal. Also, bis gleich. So, willkommen zurück. Kräuter sammeln habe ich jetzt einmal so weit vorangebracht, dass wir... Äh, loslegen können in Siberia. Jetzt müssen wir nur noch geschwindes Level... Was heißt müssen? Jetzt mache ich halt noch geschwindes Level ab. Äh, wenn ich schon... Wenn das schon so schön viel XP gibt. Ja. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht der Deo Bar alles geklaut. Wahrscheinlich schon. Was würde der sonst hier, ne? Mit Stufe 13. Mit dem Deo Bar könnten wir den da mal machen. Ach na, der hat sich stehen lassen. Okay. Dann gucken wir jetzt einmal. So. Noch eine. Würde ich behaupten. Wo mehr? Ja. So, Stufe 13. Ähm. Jetzt schauen wir mal. Der hat noch 1096 XP gegeben. Jetzt bin ich nämlich interessiert, was der nächste gibt. Jetzt. Sich das auch immer noch so massiv lohnt. Jetzt probieren wir jetzt einmal aus. Wiegelead. Romanze. Machen wir mal das. Der hat jetzt noch gegeben 548. Ist immer noch verdammt viel. Aber man merkt schon, Stufe 12 ist das Level 2B hier. Also gut. Müssen wir jetzt nicht weitermachen da. Das reicht ja. Was ich mir auch noch gerade eben einmal kurz erworben habe. Ist ein Rufbonus. Wenn jetzt vielleicht viele sagen, wie sinnlos bei dem Level. Das muss doch sein. Aber ich würde es halt auch nicht unbedingt Zeit verschwenden. Mit irgendwelchen Rufquests oder so. Und so läuft das nebenher. Gerade im nächsten Gebiet. Wenn ich das von Anfang an reinwerfe. Dann habe ich den Ruf einfach dann. Wenn ich auch das Zeug wahrscheinlich tragen kann. Also eigentlich relativ ideal. Deswegen werfe ich den jetzt einmal rein. Und den machen wir. Also mit XP-Bonus arbeite ich nicht. Aber jetzt zumindest nicht. Mit meinem Main habe ich das auch schon mal gemacht. Aber Rufboni mache ich doch gerne einmal hin und wieder. Das muss man schon sagen. So einmal nach Novograd bitte. Rufboni kaufen. Und ich habe da schon gemerkt. Gold hat massiv abgenommen. Da muss ich jetzt dann demnächst einmal mit meinem Main ein wenig Gold wieder heranschaffen. Weil sonst bin ich auf Almosen andere angewiesen. Bei meinem exzessiven Ausgaben da. Exzessiv. Schwuppdi-duppdi-dupp. Was nehmen wir jetzt warte für eine Rubine? Jetzt einmal eine gute Frau. Haha. Wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht. Eure Waffe fliegt zum Ziel. Fliegende Klinge. Aber das ist doch ein Dingskill. Da, oder? Tanzende Klinge. Jetzt, warte mal. Habe ich jetzt? Wie viele Punkte habe ich noch reingeballert? Zwei bis jetzt. Naja, die können ja dich jetzt aber auch mal wieder wegnehmen, oder? Wobei, das ist natürlich schon... Die brauche ich ja, ne? Was ist jetzt das? Romantik? Schmähle. Gut, aber der... Hm. Ja, wenn er will, ich ja das da auswählen, ne? Warte mal, da bräuchte ich noch zwei. Das heißt, eins da und dann einer da. Ja, ja, genau so würde ich das tun. Also jetzt tun wir mal gerade da die Talente. Das darf man ja bis Level 15 die ganze Zeit machen. Ah, na, Milete. So. So lerne ich das jetzt einmal. Und das lassen wir mal offen. Weil, ich bin mir sicher, ich schaff's wieder, dass ich wieder auf Level 16 bin und dann kann ich nicht mehr umsgehen. So einfach. Jetzt habe ich die ganzen Rubin-Dinger auch weggemacht. Hm. Na, die nehmen wir aber wieder. Das war ganz gut. Was war das überhaupt? Geschick. Geschick und Gewandtheit ist doch echt immer gut. Großes Finale. Ja, machen wir doch einmal, was ist denn da? Was gibt's denn dort? Wir haben hier unter dem Effekt Talibahn-Line 5% mehr Schaden. Keine Ahnung, was das ist. Ja, den vorgesagt, den physischen Schaden, wenn ich ja keine physische Angriffe habe, oder? Also den einen, ja. Aber, ansonsten habe ich ja da kann. Und was gibt's da? Wiegenlied. Was ist denn ein Wiegenlied? Ist das? Das ist Wiegenlied, aber. Okay. Hm. Oh, da möchte ich natürlich hin. Solo. Geschick. Ja, wie komme ich da hin? Nimm ich das? Ach. Naja, dann nehme ich das halt, oder? Oder gehe ich da oben rum? Bringt das irgendwie mehr? Naja, Schaden um 1%, 7%. Tja, wenn ich das jetzt halt wüsste, habe ich denn noch viele physische Attacken? Ja, wo steht denn da mal, ob das physische ist, oder nicht? Hm. Ach, wahrscheinlich ist das physische schon gut, oder weil ich jetzt da hinten was, ach so, ich wollte ja das einmal, fliegende Klinge. Nehmen wir doch jetzt einfach mal das, ne? Aha, und dann kann man sogar, aha, aha, landen. Okay. Jetzt habe ich ja einen physischen zusätzlichen Angriff, das ist ja nie verkehrt. So, Aufnahme. Ähm. Okay. Okay, okay, okay. Das hat eine Abklingzeit von 20 bis irgendwas, stand da, ne? Zwischen 10 und 30 Sekunden, okay. Ne, nehmen wir mal. Das nehmen wir mal. Dann lege ich das einmal gleich auf die, weil die hat ja eine Abklingzeit von 1 Minuten. Und das macht da deutlich mehr Schaden. Hm. Ach so, wo laufe ich hin? Ich laufe natürlich, doch, ich laufe richtig. Stopp. Nein, ich laufe nicht richtig. Ich laufe überhaupt nicht richtig. Und zwar müssen wir ja noch, oder möchte ich ja noch, mir mein, äh, Testpferd abholen und die dringende Lieferung mitnehmen. So. Und dazu nehmen wir den Novogran, oder nehmen wir den da vorne, der reicht ja auch, der tut's ja gerade noch. So, komm her. Ach, und da haben wir gleich noch eine. Okay, nehmen wir auch noch mit. Annehme. Gut. Nun aber. An 59 Minuten haben wir dafür Zeit. Für die wichtige, entscheidende Lieferung. Und da dürfen wir jetzt hier ein Testpferd hinkriechen. Ein Rennpferd. Und zwar haben wir jetzt natürlich in seinem, da kann man sich jetzt ein zusätzliches, achso, ich habe jetzt keinen Stallplatz mehr frei. Also rein theoretisch könnte man da jetzt ein Kurierpferd benutzen. Also da hat man halt in seinem Stall genauso ein Pferdchen drin. Und kann mit dem halt das erste Mal reiten. Das wird mir ein wenig angefixt. Logischerweise. Damit man weiß, dass das auch was bringt. Oder dann halt sich sagt, na, wozu? So viel schneller ist es nicht. Na? Muss jetzt alles sammeln. Alles einsammeln. Jetzt hab ich denn da schon wieder alles drin. Einfach wie das Öl. Glauben. Gut. Ja, ne, da könnt ihr euch jetzt auch wieder Tränke einwerfen. Also, ich bin unter Erlaubnis aufzusatteln, hab ich. Das ist ja total nett, oder? Dass ich da Erlaubnis gericht hab. Dann kommen wir jetzt auch an dem tollen Sammelplatz vorbei, an dem ich stundenlang gefarmt hab. Diese idiotischen Kügelchen da. Die Kräuterle. Schwuppeldi-dupp, schwuppeldi-dupp. So, und hier geht's Richtung Siveria. Und da hab ich eben Kräuter gesammelt, ne? Mit schönen, weiden Laufwegen. Damit's auch nicht langweilig wird. Jetzt kommen wir endlich in die Eislandschaft. Und dazu, ich hab nämlich gesehen, es ist ein bisschen dunkel, werde ich die Helligkeit einmal etwas erhöhen. Damit man ein wenig mehr sieht. Und weil das wird jetzt schon ein relativ dunkles Gebiet. Also eigentlich ja nicht, weil es ja alles weiß. Aber, pff. Naja, ihr wisst schon, was ich mein, ne? Und das ist die Hauptsache. So, und dann mach ich mal wieder den Zonen-Chat weg, weil der stört mich, ehrlich gesagt, nur. Gut.